Die Hollywood News im Galatiker, oh lala. Alex Patifa zeigt intimes Foto mit Toni Garn plus Rebel Wilson soll Profitennisspieler Madrid Daten plus Emma Roberts feiert den ersten Geburtstag ihres Sohnes. Hollywood News 2021 im Galatiker. 31. Dezember 2021. Toni Garn, hier zeigt ihr Liebster sie fast, wie Gott sie schuf. Ob Toni Garn, 29, diese gewagte Liebeserklärung via Instagram tatsächlich gutheißen wird? Nun, zumindest wird sie vielleicht ein klein wenig errötet sein, als das aktuelle Posting ihres Ehemann Alex Patifa, 31, in ihrem Kanalfeed auftauchte. Der britische Schauspieler zeigt anlässlich des gemeinsamen Beziehungsjubiläums eine Reihe inniger Pärchenmomente. Was mit einem liebevollen Kuss beginnt, steigert sich jedoch in seiner Fotoreihe zu einem intimen Höhepunkt, der am Ende sogar nackte Tatsachen enthüllt. Zum Grand der Finale sehen Patifas Fans ein intimes Paar-Selfie aus der Udur-Dusche. Beide sind oben ohne. Das Feuer scheint auch nach rund einem Eherjahr und der Geburt ihrer gemeinsamen Tochter Luca Malaika noch heftig zu lodern, wie Alex rührender Kommentar noch einmal nachdrücklich unterstreicht, wir treten ein in unser viertes gemeinsames Jahr als Komplizen, meine Frau, Mutter meines schönen Engels, meine beste Freundin. Hoffen wir, dass wir 2022 alle zusammen ein paar magische Abenteuer genießen können. 1.29. Dezember 2021 Ist Madrid der neue Mann an Rebel Wilsons Seite? Ein süßes Liebesgerücht hält sich bereits seit ein paar Wochen hartnäckig. Laut Medienberichten soll Rebel Wilson, 41, einen neuen Mann an ihrer Seite haben. Die Schauspielerin soll demnach den australischen Tennis-Profi Madrid, 31, daten. Für erste Spekulationen sorgten die beiden mit einem gemeinsamen Red-Carpet-Auftritt bei den Australian Academy of Cinema and Television Arts Awards, ACTA, in Sydney am 8. Dezember 2021. Auch auf ihrem Instagram-Account teilte Rebel einige Schnappschüsse von dem glamourösen Abend, die sie vertraut am Arm des Sportlers eingehängt und gemeinsam mit einem befreundeten Paar zeigen. Bis zum nächsten Mal.